Also, hör Sie mal zu. Ich habe für euch eine schöne Überraschung. Nein! Hier. Ja, ich erkläre das ganz langsam. So, Gaston, den Ballon musst du über dem Kopf halten. Ja. Sehr gut, ist er intelligent. Bravo, ja. Danke schön. Sipo, du das Brett. Über dem Kopf. Ja. Bitte, gerade. Oh, das hat aber weh getan. Entschuldigung. Was hast du gesagt, was passiert, wenn du daneben schießt? Wenn ich daneben schieße? Ja. Dann hast du ein Loch. Ja, komisch, ne? Ich stelle dir vor. Ja, ja. Ich ein Loch. Dann bin ich ja vielleicht tot. Na ja, natürlich! Ach so. Also. Ein, zwei... Aber meine Gage krieg ich trotzdem. Doppelte Gage. Darfst du mich zweimal erschießen? Ein, zwei... Willst du meine Gage? Nimm die Gage. Was soll das jetzt? Für dich. Ja, aber... Ich mach mir nichts auf dich. Na ja, was soll das jetzt? Das ist doch was Grönes. Was hast du gesagt, was hier, wenn du daneben schießt? Wenn ich daneben schieße? Ja. Dann hast du ein Loch. Ja, komisch, ne? Stell dir vor. Ja, ja. Ich ein Loch. Dann bin ich ja vielleicht tot. Na ja, natürlich! Ach so. Also. Ein, zwei... Aber meine Gage krieg ich trotzdem. Doppelte Gage. Darfst du mich zweimal erschießen? Guck mal. Ein, zwei... Willst du meine Gage? Nimm die Gage. Was soll das jetzt? Für dich. Ja, aber... Ich mach mir nichts auf dich. Na ja, was soll das jetzt? Das ist doch was cool. Oh, oh, oh. Komm mal an! Ja, ich mach mir. Und das war's. Ich mach mir.